Du möchtest Spike wieder zurückhaben, nicht? Ich würde auch nicht mehr schimpfen, wenn er mir keinen Platz im Nest lässt. Nein, nein, nein. Wenn er doch nur... Spike? Spike! Spikey! Oh, na, endlich Spike! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Hau, ha, ha! Hau, ha, ha, ha! Du liebe Güte! Reicht das, reicht das für uns alle? Naja, ihr... Aber natürlich, bedient euch! Ich hab schon gedacht, ich würde euch alle nie wiedersehen, Kinder. Ich bin ja so froh! Whoa! Spike, pass auf! Spike! Oh, Spike! Oh nein, Spike kann nicht schwimmen! Hilf ihm doch! Was? Eine kleine Entschluss ist von der Leine. Mama! Oh! 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 Sie hat ihn! Ja! Ja! Ja, das war meine Mama! Meine Mama hat das gemacht! Jap, jap, jap! Mama, du hast es geschafft! Du hast ihn gerettet! Aber natürlich, er ist doch mein Junge. Ich denke, es ist klar, wo Spikes richtige Familie ist. Wir werden dir ewig dankbar sein, dass du unsere Herde gerettet hast. Du kannst uns immer besuchen, wenn du willst, nicht wahr, Tippi? Tippi hat Spike lieb! Ducky hat Spike auch lieb! Ab jetzt darfst du so viel Schlafgebummel machen, wie du willst. Ich werde mich nie mehr darüber aufregen. Oh nein, nein, nein! Alle Familien waren zufrieden. Hier konnten sie glücklich abwarten, bis die große Scheibe die Erde erwärmte und das weiße Boden glitzern zum Schmelzen brachte und die Pflanzen wieder wuchsen. Dann konnten alle ins große Tal zurückkehren und wieder ruhig schlafen. Sogar Daki. 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 Daki.